Was geht Freunde, damit auch ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Brawl Stars Video hier auf meinem Kanal. Und zwar ihr seht schon, es gibt immer welche die Nerven mit den Einladungen und zwar werde ich die heute pranken. Und zwar erstellen wir uns einmal einen Club Leute, wie gesagt CrazyMonteYouTube, erstellen wir uns ganz einfach mal auf 15.000 Trophäen, also wie gesagt, könnt ihr gerne kommen, wenn ihr wollt. Und ja, schauen wir mal wie das so wird, ob wir es in die Bestliste in Deutschland schaffen oder ob ich einfach nur einen Club mache, wo die Mitglieder spielen drinnen. Wie gesagt, schaue ich noch, aber wahrscheinlich, dass jeder rein kann auf jeden Fall. Ich würde sagen, wie gesagt, ich spiele auch mit manchen aus dem Club. Und ja, wie gesagt, die mich als erstes anfragen, also mit die, die werde ich auf jeden Fall pranken, Freunde. Und zwar, wie werde ich sie pranken? Und zwar werde ich sie pranken mit Eigentore in Brawl Stars, bis sie komplett ausrasten. Vor allem, wie gesagt, sind beides Mitglieder bei mir. Also ready, let's go, Freunde. Also ich bin auf jeden Fall gespannt. Also wie gesagt, lasst jetzt schon ein Abo da, aktiviert die Glocke, ein Like auf den, ja, auf den neuesten Video auf jeden Fall. Kommt drauf an, Leute, schaut euch es euch mal an, wie ihr es findet auf jeden Fall. Weil, wie gesagt, könnt ihr dann entscheiden, was für eine Bewertung ihr da lässt. Und zwar, Freunde, werde ich einfach denen die Ehre entwenden. Und zwar, für das, dass sie mich einfach die ganze Zeit sind, ja, die ganze Zeit mit Einladungen, komplett, wie gesagt. Und ja, jetzt werde ich sie mal pranken, sie sind im Video dabei. Also ich bin auf jeden Fall gespannt. Wir machen einfach Eigentore. Ich bin gespannt auf deren Reaction, Leute. Was meint ihr, wie werden die reagieren? Das sind Mitglieder von mir. Das ist einfach Brol, Bro und Guido Pommes. So. Okay, ey, was die Shelly macht, rip, rip, rip. Also, Leute, ich kann nicht mal das Eigentor machen, weil die Shelly, wieso haut die Shelly ihre Ulti rein? Damit, ja, das Tor nicht gemacht wird, ich check's nicht. Digi, oh mein Gott. Ja, Mortis, hab ich keine Chance. Gadget, ja. Egal, Freunde, Frank macht so viel Damage. Macht doch das Tor, Digi. Mortis, Bott. Gott, ja, endlich, hat der Bott, das schafft das Tor. So, also, Freunde, let's go. Ja, so haben wir einfach mal ein Eigentor gemacht. Auf ganz entspannt, Freunde. Und ich würde sagen, ich bin gespannt, wie die jetzt darauf reagieren. Schreiben schon. Es schreiben beide. Oh mein Gott, Monti, was? Leute, ich werde auf jeden Fall so lange triggern, bis sie komplett ausrasten mit Eigentoren. Ich bin gespannt, wie lange das gehen wird. Monti, Bro, wieso Eigentor? Bist du es? Hä? Wieso soll ich es nicht sein? Der Echte. Ja, natürlich bin ich der Echte. Ich bin der Monti. So, braucht ihr nur auf meinen Account schauen. Einfach Mortis, Rang 34. Wer in ganz Deutschland in Brawl Stars hat einen Mortis, Rang 34, kenne ich ja absolut keinen, der Mortis, Rang 34 hat in ganz Deutschland. So, also, bin ich auf jeden Fall Monti, Dicker Philipp. Ah ja, Digga. Ah ja, Monti, Dicker Philipp. Auf jeden Fall bin ich ein Fettsack. Man kennt ihn. So, also, let's go. Bro, Bro, ihr macht doch ready. Leute, ich will sie so lange triggern, bis sie komplett ausrasten, Freunde. Und schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr reagiert hättet oder reagieren würdet, wenn ich euch so lange, ich bin gespannt, wie die reagieren auf jeden Fall. Wenn ich sie da nur mit Eigentore triggere. Vor allem, sie werden ja sicher nicht verlassen, weil sie wollen ja unbedingt mit mir spielen. So, let's go. Also, Freunde, ich bin auf jeden Fall gespannt. Nächste Runde. Also, sie werden es auf jeden Fall verstehen, wie ich am Schluss schreibe es für das Video. Aber, sie werden komplett ausrasten, Freunde. Die werden einfach komplett, oh mein Gott. 200 AP. Jo. Aber, wie weit muss ich bitte ins Tor laufen? No front. Ob man so weit ins Tor laufen muss? Let's go, Freunde. Und, oh mein Gott, was? Was? Als ob ich da sogar noch einen Ball bekommen habe. Oh mein Gott, Digi. Oh mein Gott. Let's go, Freunde. Einfach eine Niederlage, eine Fette kassiert wieder. Oh mein Gott. Also, was schreiben sie jetzt im Chat? WTF, wie schlecht seid ihr? Schreiben wir mal. Und, oh. Was lebt ihr denn? So, du bist nicht der Echte. Was für nicht der Echte. Hey, 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 hey. Was sind wir? Was sind wir da? Was sind wir da? So, wieso? Schreiben beide wieder. Let's go, Freunde. Oh mein Gott. So. Du Arsch. Was? Was für? Wieso machst du ein Eigentor? Du Arsch. Mann, ey. Oh mein Gott. Auf einmal nach der zweiten Runde, Freunde, beginnen sie schon zu beleidigen. Was? Oh mein Gott. War unabsichtlich. Schreiben. Oh mein Gott. Wahrscheinlich unabsichtlich, sorry. Oh mein Gott. Und, Leute, wie gesagt, die Nachrichten, die reinkommen, ich hab's eh ausgeschalten, aber irgendwie kommt das Vibrieren durch. Egal, Freunde. Bock, das jetzt irgendwie rauszuschneiden. So, Junge, brauchst nicht beleidigen. Oh. War unabsichtlich so. Ich grüße Lars, Erik, Luca, Justin, sorry. Leute, wie gesagt, nach der zweiten Runde hat er schon zu beleidigen begonnen. Was? Leute, ich werde dich einfach komplett durchtriggern. So, wie gesagt, grüße ihn raus an die Jungs. So, aber, Bro, wieso machst du Eigentor? Ja, das war unabsichtlich, Digga. Was soll ich da, Leute, was soll ich da tun, wenn man Eigentor gemacht hat? Das ist halt, ich meine, das war jetzt auch unabsichtlich, wenn ich ganz ehrlich bin. Das zweite, Kappa, nein. Aber wie das zweite Tor einfach war. Freunde, Freunde, Freunde. So, sie sollen jetzt mal ready machen. Letzko macht doch mal ready. Bro, Bro, geiler Pommes, macht jetzt ready. Okay, die brauchen ein bisschen lang. Aber, Leute, wie gesagt, wer würde auch nach der zweiten Runde noch weit. Leute, wie gesagt, schreibt gerne, Leute, schreibt jetzt alle in die Kommentare, was ihr gemacht hättet an der Stelle. Ob ihr verlassen hättet oder irgendwas, weil das ist einfach nur heftig. So, Bro, Bro, Geiler Pommes. Sie müssen jetzt auch einmal ready machen. Ey, Leute, ich muss irgendwie triggern, wenn ich ready oder kick, ich weiß nicht, die brauchen so lange. Aber, Leute, wer weiß, nach der zweiten Runde schon mit die Eigentore, wer wird da auch? Ich würde da auch nicht mehr ready machen. Leute, Leute, wer ich zum Beispiel bei einem anderen Video dabei, so. Grüße raus an Bully, Bro. So, ja, Bully, Bro. Und wer ich bei einem anderen Video dabei freunde, ich weiß auch nicht, wie ich reagieren täte. Bully, Bro, what's your problem, Bro? So, wir holen uns einen Ball und machen wieder das Tor. Oh, nein, Trickshot, er sieht ja, was für ein Trickshot ich mache. Oi, 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 Leute, wir lassen ihn von der Shelly holen. Let's go. Oh, mein Gott, und machen das Tor. Ja, Bully, Bro. Ja, ja. Haut er sich hin. So, let's go, Freunde. Oh, nein, er hat den Ball bekommen und macht jetzt das Tor. Nicht, nein, ich mache das Tor auch nicht. Nita. Aber egal, das kann ja man sich als Eigentor erzählen lassen. Oder, macht ihr es Tor? Nein. Bleh. Wie lost kann man sein? Oh, mein Gott. Halt, ich geh'n einfach. Was ist da los? Bully, du bringst mich zum Gehnen. Du schwarze Katze, bringst Pech. Du bringst Pech. So, aber, ja, paniert habe ich sie schon ganz schön. Beim die Shelly, ja, okay, die Ult mit Nita, was soll ich da noch machen? Aber auf jeden Fall komplett paniert. Let's go, Freunde. Wir müssen eigentlich schauen, was wir das Eigentor machen. So, währenddessen, ja. Bully Bro ist auch am Start, Freunde. So, let's go. Hm. Leute, wie einfach die WhatsApp-Nachrichten alle reinkommen. So, ich hab die halt so ausgeschaut. Einfach das Vibrieren. Da muss ich dann auf Stumm schalten. Mann, nee. Aber egal, Freunde. Machen wir jetzt nicht. Geiler Hintergrund-Vibration. So, brauchen wir auf jeden Fall. So, okay. Was ist jetzt, Freunde? Was ist jetzt? Okay, nochmal. Aber nicht mit Mortis. Oh. Das war unabsichtlich, schreibe ich wieder. Freunde, was werden sie sagen, wenn ich jetzt nochmal schreibe, unabsichtlich? Du machst Eigentore. Why? Ja, warum mach ich Eigentore? Freunde, das war unabsichtlich. Was habt ihr noch nie da? Ich bin halt nicht so gut im Brawl Ball, Freunde. Ich bin halt nicht so gut. Ich mach halt Eigentore. Bin ich der beste im Brawl Ball? So, weiß nicht. In welches Tor ich schießen muss? Oh mein Gott. 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 Ich bin gespannt, wie wir drauf reagieren. Das hab ich 20 Mal Oh mein Gott gesagt. Man kennt ihn. So, ich sag's noch 20 Mal. Oh mein Gott. Nein, Spaß. So, let's go, Freunde. Sie schreiben. Und Monte, spielst du Fußball? Nein. Was schreiben wir dann? Ist das, was zum Acen schreibe ich, Freunde? Mit ein Fragezeichen, Leute, wenn sie mir das abkaufen in real. Ja, natürlich, Leute, spiel ich Fußball in real. Wenn ich das gemacht hätte mit euch in der Lobby, dass ich ein Video mache. So, Bully Bro nimmt meine Hand zum Spielen. Genau, ich glaub's auch. Lass meine Hand in Ruhe. Lass meine Hand in Ruhe. Die ist nicht zum Spielen geeignet. So, let's go, Freunde. Wie immer, Freunde. Wie gesagt, immer wenn ich ein Video aufnehme. Bully Bro ist auch ein Start. Man kennt ihn. So, also. Lasst einmal noch probieren, Leute. Dann nehmen wir die richtig Hops. Dann nehmen wir die richtig Hops. Und sie sollen nicht zu uns schreiben. Und sie sagt, Bro, Bro, es passt fast Stufe 12 schon. Let's go. Aber was schreiben die da da? Leute, macht doch ready. Macht doch ready. Leute, warum ich nicht immer zu uns rede. Wie gesagt, ich nehme das Video früh auf. Aber nicht zu früh. So, also, eh. Kommt jetzt. Geile Pommes. Bro, Bro. Ah, Freunde. Jetzt nimmt er auch Mortis. Jetzt nimmt er auch Mortis. Okay. Ja. Kann man sich auf jeden Fall mal geben. Aber, Freunde. Ich hab den echten und einzigartigen Mortis-Gänster. Wieso sollte er ein Video machen, wenn es doch nicht mal angefangen hat. Am Anfang gesagt. Ja, wie sollte ich dein Video machen? Bro, Bro, du hast das erkannt, Bro. Er hat es gecheckt, Freunde. Er hat es gecheckt, Freunde. Also, Geile Pommes. Wieso sollte ich ein Video machen? Er ist auch lost. So. Spaß. So, let's go. Wir starten in die Runde. Nicht hinein. Weil sie abgebrochen haben. So, jetzt starten wir in die Runde rein. Leute, was wird jetzt wohl passieren, wenn ich jetzt zwei Eigentore mache? Oh mein Gott, Freunde. Nein, ich kann keine Eigentore machen. Poco, Spike und Crow. Wie soll ich den Ball holen? Es leckt. Es leckt. Es leckt. Es leckt. Dankeschön. 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 Okay, Leute. Egal. Wir machen. Wir verlieren trotzdem. Ich muss ihnen schon als zweiter Tore ein Eigentor zu machen. Leute. Was werden... Wie werden sie drauf reagieren? Wird zu heftig sein? Ja, okay. Leute, ich habe es schon im Voraus gewusst. Poco, Spike und Crow. Wie soll ich da den Ball holen? Und probably macht die Minden auch irgendeine... Ja, moin. Der Crow ist der allerbeste Kapper. Nee, die waren eh nicht so gut. Aber, Freunde. Ja, wir müssen noch eine Runde machen. Wie gesagt, Leute. Ich will jetzt nochmal zwei Eigentore machen. Und dann löse ich alles auf, wenn sie komplett ausrasten. Leute. Wie gesagt. Kommt gern in den Klub. Als ob schon drei drinnen sind. Hä? Blö. Hä? Wie sind die rein? Oh, nicht schlecht. 23.000 sind mehr Trophäen. Schauen wir mal nach. Ja. 27 K. Stabiler Typ. Stabiler Typ. Wie gesagt, Leute. 15 K. Könnt ihr aktuell rein. Also, let's go, Freunde. Ich bin gespannt. Guck, er hat... Guck, er hat kein Eigentor gemacht. Ah, ja. Arbeit auch schon jetzt. Leute, was ist los? Was ist passiert hier? Bulli, Bro. Wegen dir muss ich dann gähnen. Weiter. Es ist halt wirklich so. Und Bulli bringt einfach Pech, weil er eine schwarze Katze ist. Und sich neben mir putzt. Du bringst einfach Pech, Diggi. Du bringst einfach Pech, Diggi. Aber in dir muss ich fünfmal gähnen. Kommen WhatsApp-Nachrichten rein. Das vibriert es dort. Und auch dazu schaffe ich dann nicht mehr mehr ein Eigentor. Es ist alles wie ein Bulli, Bro. Diggi. Du schwarze Katze. So. Jetzt mache ich einfach mal ready. Ich hoffe, die kommen. Hey, was für Daumen nach unten. Bro, mach ready. Ich muss noch zwei. Leute, wie gesagt, wir machen noch eine Runde. Sie werden dann komplett ausrasten. Ich sage es euch. Aber ich weiß nicht. Sie sind schon nach der zweiten Runde. Geilo Pommes ist ausgerastet. Komplett. Sagt ihr, das sind einfach Mitglieder. So, let's go. Oh mein Gott. Wir machen sogar noch einen Trickshot. Genau. Perfekto. Jetzt noch mal den Ball holen. So. Oh mein Gott, Freunde. Es werden so ausrasten. Ja, ist das jetzt schon ein Trickshot? Oh nein. Bro, mach das doch. Ja, Freunde. Sie können nichts mehr machen. Sie können nichts mehr machen. Oh mein Gott. Der Poco hielt einfach alles. Ja, macht's doch. GG. Also, Freunde. Und zwar werden sie jetzt. Ich bin gespannt jetzt. Das ist jetzt die letzte Runde. Wie sie jetzt drauf reagieren werden. Einfach zu heftig. So. Wir schauen jetzt auf jeden Fall. Ihr Bots. Oh, wir schreiben noch was Gastiges. Seid so schlecht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist halt so schlecht. Man kennt's auf jeden Fall. So. Ich bin gespannt jetzt auf deine Reaction. So. Geiler Pommes. Er schreibt schon. Oh mein Gott. Was habe ich hier getan? Was habe ich hier getan? Was für... Du machst dein Eigentor. Was für Leute. Wie gastig kann man seinen Eigentor nur machen? Leute. Ihr wisst es genau. Das war wirklich unabsichtlich Kappa. Also. Ja. Spaß. Seid im nächsten Video dabei. Schreiben wir denen. So. In welcher Mitgliedsstufe bin ich, Monte? Oh. Kein Plan, gelbo Pommes. Das kannst du selber eh sehen. Bulli-Bio. Es ist deine Schuld. Es ist einfach mal deine Schuld, Diggi. So. Egal, Freunde. Wie gesagt. Schreibt doch gerne rein, welche Brawlpoststufe ihr seid. Welche Brawlpoststufe. Wie hoch. Welches Level. So. Wir schauen auf jeden Fall. Was schreiben. Leute. Die schreiben mich voll. Wie gesagt. Freunde. Ihr könnt gerne in den Club kommen. So. Aber. Ja. So. Was schreiben die jetzt? Hm. Gelbo Pommes. Wir schauen noch, Freunde. Wir schauen noch, was sie jetzt schreiben. Wie gesagt. Season Reset war am Start. 30.000. Bald habe ich den Goldbo. So. Aber ich dachte. Du machst kein Video. Also. Wie gesagt. Video ist am Start. Auf jeden Fall. Also. Freunde. Ja. Was ist das mit dem Video? Grüße. Krauss. Luka. Lars. Haut rein. Erika. Meine Klasse. Erik. Also. Grüße. Krauss. Luka. Lars. Erik. Und ich würde sagen. Macht's gut. Und haut rein. Ciao. Ciao. Ciao.